Wunderschön hier. Ist das deine erste Besuch in die Indien? Ja, nicht viel. Ein Satz. Warum hören die nicht auf zu reden? Ich meine, die schaffen es doch über hundert Meter zu labern miteinander. Jetzt könnten die auch im Grunde weiter labern. Aber Alter, sieht echt echt... wow, wunderschön hier aus. Freu mich vor allem. Richtig gut. Richtig. Ja. Also, irgendwie... Nicht viele Perken in dieser Linie, aber die Reise ist definitiv einer von ihnen. Woher warst du? Ah, woher warst du? Welche Frage funktioniert für dich? Nun, ich bin nicht in den USA. Wirklich? Ja. Nun, das Ding, das ich schaue, ist meistens älter, oder? Die USA hat nur gefunden. Wunderschön. Jetzt haben die... hm... Jetzt haben die gerade aufgehört zu labern. Wie scheiße. Bin ich hier nicht am richtigen Spot? Ja, ich bin hier am richtigen Spot, alles klar. Okay, machen wir wieder das Ding auf. Dann dürfte wieder eine... Gute Waffe drin sein, wenn ich... Es ist eine scheiß Waffe. Beziehungsweise, es ist keine goldene Waffe. Es ist eine ganz normale. Komm schon, komm schon. Ist das nicht der Sweet Spot? Ja, es ist der Sweet Spot. Ah, es war hier. Ja, ja, ja. Er wäre gut. Was haben wir hier? Wir haben... Einen Schatz! Und ne Granate. Und... Munition. Gott. Oh, Weltgang sieht das Ding aus. Ah, guck mal. Jetzt könnt ihr sehen, wie viel ich schon verpasst habe an Schätzen. Ist das nicht wahnsinnig? Schon. Ne Menge verpasst. Wie wäre es letzt... Ne, warte gar nicht, okay. Also, sehr viel, ja. In der Tat. Sehr viel. Okay, da oben ist das Ding. Ich glaube, es ist schon offen. Ne, es ist nicht. Ich glaube, ich muss mit dem Auto hin. Ich glaube, das ist wieder eine Tür, die ich vernichten muss. Ja, komm, let's go. Jeho! Ja, sicher. Das ist der Reverse. Du bist willkommen. Hier geht's. Teamwork, Teamwork. Good shit, good shit. So, was haben wir hier? Oh, Salah versus the Tiger. Oh, das sieht ja nicht süß aus. Salah won, eigentlich. Oh, nicht, ja. Er hat seinen Guru geschützt und hat das Tier in einem Blut. Das ist, wo der Name Hoi Salah kommt. Hoi, bedeutet Strike, in ihrer Sprache. Und Salah? Und Salah? Und Salah? Komm schon. Sollte Tees. Ganz ehrlich, ich wusste, dass das jetzt passiert. Ich hab' mir so, hm, da unten ist Wasser. Hm, dieser Vorhang sieht so'n bisschen zerbrechlich aus. Nicht? Okay, oh, 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 haha. Aha. Ich seh' direkt die Wege, ich weiß direkt wohin. Ich bin zu schlau für das Spiel hier. Also, vielleicht ist das der richtige Weg. Oder ich geh' mir einfach grad zu einem Schatz. So, ein ziemlich krasser Tauchgang hier. Oh, ich will da raus, ich will da hoch. Okay. Oh. Jetzt haben wir auch so die, äh, so, so Herkel. Zum Glück zwei Stück. Komm, nimm dir auch deine. Hallo? Ah, Climbing Gear. So, ich weiß nicht mehr... Wie geht das nochmal? Ah, okay, mit Viereck, genau. Die Mechanik habe ich schon fast vergessen. Komm auch relativ selten in Schatt 4 vor. In Person in Erinnerung gefühlt. Und Jump! Und, ah! Wow. Man kann auch. Ne, man kann... Ne, man kann nicht. Ah. Gehen wir wieder schwimmen. Wozu war dann überhaupt die Stelle dazu festhalten? Voll unnötig. Nicht entdeckt, was? Aha, aha. Wen haben wir da? Oh nein, nein, nein. Ah, das ist der Dicke. Das ist der Dicke. Wow. Meine Güte. Weg hier. Ich war niemals da. Ey, ich dachte... Ich wusste nicht, dass das der Dicke ist. Ich wusste nicht, dass das der Dicke ist. So. Machen wir... Was war das? Ein Schwertfeind? Schnell Dekko, schnell Dekko. Ohoho. Wie geil das gerade aussieht mit zwei Waffen, Alter. Ja, zeig dich noch einmal. Ups. Das war's, ne? Ey, wie geil das aber war. Ich greif den an. Der hält seine Waffe von der Gegend. Ey, wie so ein Schwertkampf. Das war genial. Ähm. Am, 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 am. Oh, Granate. Ja. Ich werfe die ja immer wieder so gerne weg. So. Oh, ich muss hier hochklettern. Ja, gut. Ich hab jetzt so im Wasser nachgeguckt. Ich dachte, ich muss wieder irgendwo hin tauchen. Auf aber nicht. So. Oh shit. Dann sehen wir ihn... Ja. Okay. Oh. Oh. What the hell is this? Ein Rätsel. You'll find out soon enough. Rätsel time. Okay, let's see what this does. That statue moved. Wow. Nein. Let's see how this goes. Ernsthaft? Bewegt? Ne. Glaube ich nicht. Well, I'll be go to hell. That's elaborate. Oh shit. Is that she moved again? Wow. Naja. Ugh. Oh. Sie lebt noch. Sie lebt einfach noch. Sie lebt einfach noch. Ich frau mich ob, auf einer schwierigen Stufe dass ich direkt tot bin oder nicht. Wahrscheinlich. Okay. Ich brauche ein gutes Pattern. Okay. Der nächste Schlag ist tödlich. Okay das geht aber nicht. ich hab das pattern ich habe es jetzt weiß ich nicht dass der richtige move ist eigentlich ich glaube hier es war der richtige move die cpc den spritzy er kommt irgendwie rüber hat kein plan irgendwie schafft sie es schon photo time das wir gucken dass wir gucken foto 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 wundervoll auftritt nachher kommen schon die direktion aber wirklich so ja noch ein weiteres puzzle das könnte zusätzlich werden ja wieder direkt nach zwei mit direkt auf die schädeldecke peitscht holen jetzt bin ich mir ganz sicher wie ich es weiß da hier da 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 das bin ich mir nicht sicher oh ich dachte ich müsste ich habe ganz ehrlich gedacht ich müsste alle einzelnen von denen berühren also mit einer bestimmten farbe muss ich offenbar nicht hm ok dann nicht ich wurde hier komplett misinformiert hey 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 runde nummer drei auch die schlechten sachen kommen zu dritten muss man auch sagen ok da ich jetzt weiß dass ich nicht auf jede einzelne platte drauf muss ist viel einfacher hoffe ich nach einem schlag bitte gib mir doch eine pause ach so ja dann hm das war das war das war was next nicht hab ich es geschafft Nee, ich hab mir alles verkackt, oder? Wow, ich hab's geschafft. Ah, das ist tricky. Kurz vorm Ende muss man so ein paar mal hin und her und dann... Ah, draußen. Gute Dinge, mal drei, ne? Ja, ne, drei Tempel, drei Puzzle. Kein Plan, wie viel ich schon getötet hab, mehr als drei wahrscheinlich. Okay, und nochmal das dritte mal das Ding hier. Dann haben wir das Ding geschafft. Ich dreh's jetzt mal so, wie ich's machen würde normalerweise. Fetter ist wieder so ein... Nee, bitte nicht. Bitte nicht das. Ja, ne, what the fuck? Das ist nicht fair, ich mein, come on, wir kann... Der ist denn... Na, wohl, vielleicht ist es ein bisschen fair. Ah, toll. Jetzt ist es genau andersrum. Ah, ne. Ach. Kein Problem. Ich dachte, das war schwer, es war einfacher als es aussieht. Es war einfach... ja doch, es war mega easy. So, jetzt fluten wir das Tal. Ist der Ding jetzt aktiviert oder nicht? Achso, machen die noch zu Ende, okay, alles klar. Achso, hier ist's. Achso, wir haben hier. Das war eine Wasser. Und jetzt sind es drei. Du weißt, du bist ziemlich gut an dieser alten Trisha-hunting-Kunst. Ich bin kurz zu studieren. Hm. Eine Frage, aber... Ich denke, dass du quasi alles was du möchtest. Warum bist du so stolz zu bekommen? Seriously? Mein Partner hat mein eigenes Leben gegen mich. Mein Liebtenant machte mit der Bounty. Nathan und Samuel Drake geteilt scot-free, und du hast mich gefragt, warum ich die Shoreline zurückkehreste? Ja. Es war auf meine Beobacht. Ich habe es auf meine Beobacht. All right, was ist das Ding, was du immer spielen mit? Es ist mein Stress-Toy. Es war in der Mail ein paar Wochen, nachdem wir in Australien kamen. All right. Wir sollten besser gehen. Wir wollen nicht, dass wir vor uns kommen. So, so, dann müssen wir jetzt wohl... ...nur mal auf die Karte gucken. Ich habe meine große Zahl von Screw-ups. Hm. Wo genau gehen wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube... Ja. Ich freue mich aber nur, wohin danach. So, ich habe keinen Plan. Oh. Hold on. Over there. In that cliff wall. What? See there, Archway? Look's intact. You coming with? I feel like stretching my legs. Rightio. What is this place? You got me. Hm. Hey, Affen. Affen. Hey, Affen. Affen. Hey, was machen die denn da vorne? Hey, die da zwei unten. Die sind richtig... Ja, richtig gut drauf. Besides monkeys. I don't see a way across. Wow, was da für... Ah, ne, es ist ein Busch, oder? Ich darf sie sogar nicht anschießen. Find ich aber gut. Ich will die nicht anschießen. Affen sind voll cool. Oh. Hä, was zur Hölle? Moment mal. Oh, nein. Es ist das, was ich denke, dass es ist. Oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ist es nur ich, oder sieht das aus wie ein Math? Es sieht aus wie Arme. Moment mal. Da ist ein Loch. Kann ich das Loch noch mal betätigen? Ey, das hab ich schon gefunden. Oh. Fuck. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir sie alle finden. Ah. Shit. Also muss ich alle finden. Oh. Oh. Wenden wir, was ist hier? Ah, hier ist auch ein Ding. Ah, interessant. Ah, wahrscheinlich. Was ist das Symbol da da? Symbol? Hä? Hä? Symbol da. Hä? Hä? Wollen wir was da, das Ding rein? Das Ding ist wo? Da oben rechts. Ha. Geil. Hä? Hä? Ich habe hier die ganzen Stellen markiert gehabt, ne? Und vielleicht noch mehr. Das interessiert mich schon. Ey, ist das so ne, ist das so ne Art Side Quest jetzt oder nicht? Ich bin jetzt, ähm, ähm, interessiert. Ich bin interessiert. Nicht? Ich denke so. Extra Cash. Extra Cash. Let's go. Come on. Let's get back to it. Oh, die Affen. Die darf ich nicht belästigen. Da ist auf jeden Fall ne Klippe zwischen uns. Ihr Affen dürft in Ruhe da sein. Obwohl da vorne ist ein Schatz. Oh, die Affen haben einen Schatz. Oh. Ich komm wieder. Ja, wir haben hier eine Wand, die ich einfach wegspringen werde. Fang. Was haben wir hier? Wir haben das Ding. Eine... Goldmünze. Und ab zum nächsten. Okay, da haben wir... Zwei von wie vielen ist es jetzt eigentlich? Wir haben ein, zwei. Da fehlen uns noch ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh, shit. Kurzer Test, ob man die Karre in die Luft jagen kann. Und zerstörbar, alles klar. Ha. Nicht? Wie jetzt? Ha, die haben's aber geklaut. Heißt? Na ja, sie sind nicht weg. Vielleicht haben sie sie irgendwo. Gute Punkt. Okay, versuchen wir mal. Foto. Foto. Ah, okay. Oh, mein Foto vom Elefanten. No Filter, Hashtag. Haha. Oh, Moment mal. Haha. Wie nice. Wie praktisch. Hab ich direkt einen Spot gefunden. Okay. Mein Gott. Direkt vor meiner Fresse versteckt. Warum ich eigentlich mit dem Auto nicht reingefahren bin. Das ist eigentlich groß genug, um da abzustürzen. Probier ich mal gleich aus. So, die Münze schnell. Gib, gib, gib. Dankeschön. Eine weitere Kultublone. Schöne. Oh ja. So, kann ich ins Loch. Oh, es ist nicht tief, es ist nicht breit genug. Schade. Aha, jetzt kann ich mir eine Raketenwerfer einsetzen. Tatsang. Ganz easy, ganz schnell. Die nächste Goldmünze. Eine weitere zerbrechliche Wand. Punkt. Aber die Explosionen sind so nice. Gib ich sie einfach. Ah, okay. Nächste Münze. Okay, ich bin jetzt in einem weiteren Spot hier. Ist irgendwie so eine Art Brunnen. Kann ich wegziehen? Oder was macht ihr jetzt hier? Achso, ich verstehe. Oh, das ist jetzt was auch. Warte. Klappt das? Ja. Oh, wow. Hooray für Physik. Oh ja. Hammergeil. Okay, ich einfach fallen lassen. Einfach fallen lassen. Hallo. Münze. Hallo. Komm in meine Sammlung. Oh, was? Da kommen Rebellen. Ja, die bringe ich jetzt eben schnell um. So, jeder hat eine feine Klopperei gekriegt. Easy. So, ich bin jetzt hier am vorletzten angekommen, denke ich. Rollen wir da rein. Roll, roll, roll. Roll, roll, roll. So. Wo haben wir? Okay, so noch ein Stück und dann haben wir... Ah, ungelade Texturen. Geil. Haha. Passiert mal, passiert mal. Nichts Schlimmes. So. Noch ein Stück und dann haben wir unseren Extraschatz. So, ich bin jetzt glaube ich vom letzten und hier ist äh... Interessante Sachen. Okay. Ich sehe da ganz viele verschiedene verloren. Und jetzt irgendwie wird mir die ganze Zeit die Stelle angezeigt, wo ich eigentlich hin muss wegen der Hauptstory. Aber ich mache das mal mit dem Token zu Ende. Okay, ich glaube wir machen das mal mit der Waffe hier. Oh, das ist laut. Okay. Bong. Bong. Ah. Schaut. War ja voll das schwierige Rätsel. Ich wusste gar nicht, dass ich da hinschießen muss. Ohoho. Ich meine... Okay. Gut. Jetzt haben wir alle... Jetzt können wir... Zurück zu äh... Dem Affenkönig. Und mit denen verhandeln. Und da war der Schatz. Na ihr Affen. Seid ihr immer noch schön faul? Gut. Schön zu sehen. Jetzt müssen wir erstmal jede Münze reinpacken. Oh baby. Oder pack die einfach alle auf einmal rein. Komm. Alle auf einmal. Oh ja cool. Das ist alles auf einmal. Einen Straggler. Warte mal. War es das oder fehlt da jetzt? Warte, da fehlt nur eine. Mensch, ich habe eine vergessen. Ah, ich bin ein Idiot. Oh baby, was habe ich denn hier noch vergessen? Meine Güte. Noch ein schickes Ritzel. Hm. Schön, dass ich meine Gedankenkappe packte. Ja, dann nehmen wir das nächste. Ne, warte. Okay. Hm. Hä, Moment mal. Ich habe da jetzt alle gedreht. Teile nach innen und außen bewegen. Heißt. Ach so, das sind so Teile die ich noch rein schieben muss. Och shit. Das ist ja fun. Das heißt, ich muss erstmal alle freilegen, um die reinzuschieben. Ne, noch schlimmer. Moment mal. Oh Gott. Ich sehe gerade, wie scheiße anstrengend das jetzt wird. Fuck. So, okay. Dann schieben wir das so. Okay, wir haben das Ding jetzt genommen hier. Dann schieben wir wieder raus. Genau. Dann schieben wir das nächste rein. Dann schieben wir jetzt auch raus. Komm, schieb raus. Ah, kann ich das nicht rausschieben? Fuck, ich darf es nicht rausschieben. Dann schieben wir das Ding einfach mal da an der Seite raus. Okay, schieben wir das Ding dann da raus. So, jetzt habe ich es da raus geschoben. Beide zur Seite. Jetzt können wir den kleinen reinpacken. Und dann nacheinander ist alles drin. Easy going. So, das Ding ist jetzt drin. Wir nehmen den großen, den schieben wir wieder mal zur Seite. Können wir den kleineren hier reinschieben. Jetzt sehen wir nochmal den einen großen nochmal. Und dann schieben wir den allerletzten rein. Und dann können wir das Puzzle vollenden. Ah, das war jetzt wieder ein etwas aufwändigeres Ding. Haha. Aber... Hat Sinn gemacht. War... War machbar, machbar. So, warte. Wohin schiebe ich das jetzt so? So, die Richtung. Den Arsch schiebe ich... Ist irgendwie schwer erkennbar, was... Ist das nicht richtig? Moment mal. Ah ne, das Äußere. Das ist nicht richtig. Jetzt habe ich es. Nicht? Moment mal, wie rum ist es denn? Ah, ich habe es falsch rum gemacht. Nicht? Ach komm schon, das ist doch jetzt richtig. Ach fuck up. Ah, jetzt habe ich es. Mein Gott. Die ganze Zeit falsch gedreht. Okay, jetzt haben wir das letzte Ding. Jetzt ist aber easy going. Das letzte Ding. Schatz. Komm her. So, jetzt haben wir die letzte Münze. Gib, gib, gib. Ich habe irgendwie so ein Feeling, ich muss noch zum Turm. Ich weiß nicht warum. Oder sicher nicht. Was bringt mir das jetzt? Sieht schick aus. Ja, muss ich schon zugeben. In der Tat. Sehr schön. Ja. Eindeutig. Selten. Erstmal anziehen. Ah, das werden wir noch behalten. Das Ding sieht auch wundervoll aus. Die Tür geht noch auf. Ja. Ja, Queen. Sie haben den Rubin der Königin gefunden. Äh, äh, ich habe es nicht dahin gelesen. Fick den. Er stand da. Ah, fuck. Egal, beim Schneiden werde ich es mir nochmal angucken. Dann werde ich es herausfinden. Hey, schau, wer hier ist. Gray Landon. Hä? Gray Landon. Ihr ist hier. Oh, geil. Affen, es geht. All die Schätze. All die Schätze. Hallo, Affen. Geht's denn? Guck mal, wie der da liegt, alter. Ich schille dich drauf so. Ah, ja. Hm. Fack hätte ich jetzt noch grad durchgelesen, was der Schatz zu mir gebracht hätte, ne? Wenn ich wohl heraus... Wer ist nur herausfinden beim Schneiden, fuck. Ah, hier, was du hier pickt. Ah, Foto, cool. Ah, hier, was du hier pickt. Ah, Foto, cool. Guck mal, wie ihre Fälle hier sind. Oh, hey! Was? War das Bild nicht mehr ansehen? Gib, gib, gib. Ist das nicht ein schönes Bild? Geh, wie kommen wir hier wieder weg? Hallo? Wie komm ich hier weg? Hallo, Affen. Sorry, Leute. Ich bringe keine Bananen mit mir. Ah. Eigentlich... Mönkeen nicht wirklich essen. Ey, 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 ey. Das ist ein Gerücht. Ich will meine Fantasie wettleben. Ah, komm mal. Wirklich? Ich meine, sie können, aber sie sind nicht in der Wilde. Sie sind meistens zu Bugs, Knutzen und Blüten. Besonders, Bananen sind zu schulig. Meine Illusionen sind zerstört. Die nächste Sache, die du mir sagst, dass es kein Easter Bunny gibt. Oh nein, das ist absolut falsch. Was soll ich denn jetzt so weiterleben? Ich glaube, ich muss den Part beenden. Wollen wir hier? Das ist so, ich kann nicht wie personnes. Wirklich? Wollen wir hier? Wirklich?